Die sind raffiniert, die nehmen die Ausländer nicht an. Also Tino, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber jetzt so mit 16-jährigen Arsch an Arsch im Muckepark reiben, das wäre doch mal wieder geil, komm. Naja, so alte Frauen sind nicht wirklich meins. Aber Muckepark ist schon mega geil. Ja, auf jeden Fall. Was ich geil fand, waren immer die verschiedenen Dancefloors. Also ich mochte mal diesen Halligalli-Dancefloor. Du findest den Muckepark wirklich gut? Naja, also nicht als Location, aber so diesen Floor. Also ich war halt gezwungen, mit Leuten mitzugehen, die alle hinwollten. Da war ich noch so Anfang 20, da war mein Freundeskreis ein anderer. Und dann waren die immer auf diesen komischen Hip-Hop-Floors und Techno-Floors. Ekelhaft. Und ich habe mich dann immer verzogen auf den Halligalli-Floor mit 80er, 90er und den besten Hits von heute. Und Schlagersongs, das war immer so mein Ding. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass man merkt, dass man Bock auf Feiern hat, wenn man nostalgische Gefühle dem Muckepark gegenüber entwickelt. Oh Gott, hast du die etwa? Ja, so ein bisschen schon. Ach du Armer. Ja. Das sind wir. Zwei arme Leute. Literally und figurativ. Wir sind Tino Anrancher. Und Robin Nostra Bambus. Geil. Einfach geil. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Liebe Leute, wir sind Brenn.internet. Und wir bringen Dinge zum Brennen. Wir sind Brandstifter. Gestern das Haus. Nee, aber jetzt vorgestern, Tino, hast du das gehört? Hast du das vorgestern gehört, wie da hier irgendwie in der Stadt, ich wurde geweckt früh um elf von ganz viel Feuerwehr und habe nichts gefunden, was da los war. Gestern, wo war ich denn gestern? Nee, vorgestern müsste es sein. Vorgestern war das sogar. Nö, habe ich nicht mitbekommen. Ein Feuer, Lichterloh in Weimar. Da hat Brenn.internet wieder Scheiße gebaut. Ich muss das mal gerade stellen. Wir sind die Feuerwehr des Internets. Wir erkennen die Brände und behandeln sie, diskutieren sie und löschen sie damit. Ach so, okay. Das will ich mal richtig stellen. Als würden wir Sachen anzünden. Also wirklich. Also ich nicht. Ich habe auch noch nie Sachen angezündet. Außer das Haus vor gestern. Ja. Nee, ich weiß, ich habe halt wie gesagt nichts gefunden, aber ohne Spaß. Das waren bestimmt acht Autos oder so, die hier vorbeigeballert sind. Das muss ja irgendwas Heftiges gewesen sein. Das kann ja auch auf der Autobahn gewesen sein vielleicht. Irgendwie ein Autounfall oder so. Maybe. Oder eine Katze. Also was ich sagen will, liebe Zuhörer. Innen. Danke. Wenn irgendwer von euch lokale News hat, was das denn bitte war. Welcher scheiß Assi mit einer Katze auf dem Baum, also mich aus dem Schlaf reißt. Ganz ehrlich. Frechheit. Ich werde dich finden. I have a very particular set of skills. Ja, ich finde auch, die sollten so Feuerwehreinsätze vor zwölf prinzipiell verbieten. Also wer vor zwölf in Gefahr ist und sich in einem brennenden Haus oder Auto befindet, muss eben abwarten, bis Robin ausgeschlafen ist. Ja, ist so. Ist meine Meinung. Das ist dann halt natürliche Auslese. Ja, richtig. Guck doch mal. Damals in der Uhrzeit, ja, als die Leute noch geschlafen haben, da gab es auch keinen, der dir helfen konnte, als es auch keine Wecker gab. Also ich tippe auf Peter Kleine, der saß auf dem Baum, kam nicht mehr runter und deswegen kamen diese ganzen Feuerwehrautos angefahren. Peter Kleine, dem habe ich nett zugenickt. Der kam nämlich, als ich gerade skaten war, an so einer Stufe, also an einer Treppe mit so verschiedenen Stufen, das ist mein neuer Lieblingsspot. Da kam er mir entgegen. Und ich sag mal, der hat ja auch eine ganz schöne Platte. Ich hätte da zufällig eine Frisur am Start, die ich ihm empfehlen könnte. Cut for Kleine. Ja. Ja, er grüßt mich auch immer auf der Straße, aber es wird bald ein Ende nehmen, weil wir können ja mal einsteigen mit einer... einer lokalen News, dass auf dem WLAN-Platz ab sofort Glasflaschen verboten sind. Oha. Das wird jetzt unsere ZuhörerInnen aus dem Bundesgebiet... Halt dein Maul. ...Bundesgebiet nicht interessieren. Aber die Menschen, die Weimar kennen, für die wird es ein Schock sein. Erst gab es ja dieses Ding, dass keine Müll-Aufräumarbeiten passieren am WLAN-Platz und jetzt sollen auch Glasflaschen verboten sein. Und da gab es gleich eine, nennen wir es Kunstaktion von jungen Leuten, die haben jetzt absichtlich ganz viel Glasflaschen auf dem WLAN-Platz gestellt, als Protestaktion. Wow. Und wir wollen auch als die Partei gegen diese Schmach vorgehen. Na ganz ehrlich, auf dem Bauhausplatz, da könnte ruhig Flaschenverbot sein. Ich habe ja diese Woche Beef gehabt mit so einem 15-Jährigen, wie sich herausstellt, er war nicht mal 16. Aber er hat sich aufgeführt wie der letzte Affe. Und der gehört halt zu einer Gruppe Menschen, ihr könnt euch gerne noch in meinen Augen rehabilitieren, indem ihr auch einfach aufhört, überall hinzurotzen, überall Flaschen zu zerwamsen und andere räudige Dinge da überall zu verteilen. Ja? Wenn ihr einen Balztanz ausführen wollt, macht das irgendwo anders. Aber ich will nicht in eurem Sperma dann Skateboard fahren. Ja, auch das kann man nachvollziehen. Also man muss ja auch mal gucken, so von der Stadtverwaltung, die bekommen halt die Beschwerden von den Leuten, dass überall Glasflaschen rumliegen, auch Zerdepperte und Spucke und Rotze und Sperma und Kotze. Aber also ganz ehrlich, so klimamäßig ist das doch genau der falsche Ansatz. Ist Glas nicht irgendwie cool so? Na gut, wenn es zerscheppert ist, vielleicht ein bisschen weniger, aber weißt du, jetzt stehen die da alle dann mit ihren Plastikflaschen rum oder was? Aber kennst du nicht auch diese neue Erfindung, dass man Wasser in so Kugeln essen kann? Ja. Das sind so essbare... Das hatte ich, glaube ich, hier schon mal angebracht, weil bei so einem Marathon das erste Mal getestet wurde. Genau. Dass die quasi, statt aus Flaschen zu trinken, einfach so einen Ball essen. Also, lieber Herr Kleine und liebe Stadtverwaltung, wir machen einen Deal mit euch, okay? Ihr dürft das Glasflaschenverbot beibehalten, wenn ihr in Weimar Mate, Bier und andere nette Getränke in diesen komischen essbaren Kügelchen anbietet. In den trinkbaren Kügelchen. Ich glaube, die werden aus Algen gemacht und da das Meer immer versäuerter wird, wird es dir auch bald nicht mehr geben, also hat keine Zukunft. Wir können nicht jeden retten, Robin, wir können nicht jeden retten. Was auch keine Zukunft hat, ist das Elektroauto, sagt Richard Davidbrecht. Der sagt, die wirkliche Revolution wäre das Wasserstoffauto. Immer wieder ein guter Mann zum Anhören. Ja, der ist sehr klug, das stimmt. Also, er sagt halt dann diese Rechnung, also das stimmt ja, dass ein Elektroauto in der Herstellung hohe CO2-Kosten hat, höher als ein normales Auto. Dennoch über die lange Zeit rechnet es sich ja dann wieder. Ist natürlich nach wie vor, ne? Also, wenn man komplett klimaneutral sein will, ist es schwierig. Ja. Aber auf lange Sicht gerechnet, ne? Immerhin etwas. Aber Wasserstoffauto? Von mir aus. Vielleicht auch einfach gar keine Autos. Ich denke mir jedes Mal, oh nee, ich will jetzt auch nicht meine persönliche Agenda hier immer so reinbringen. Aber es ist mein Podcast! Stell dir mal vor, Alter, du gehst durch die Stadt und es gibt einfach keine Autos. Alle fahren Skateboard. Das ist auch mein Traum, Herrn Kleine mit Skateboard von Termin zu Termin am Hecheln zu sehen. Herr Kleine übrigens unser Bürgermeister, falls das jemand vergessen hat. Oberbürgermeister, ja. Ja, bitteschön. Ja, aber ganz ehrlich, wenn das einfach autofrei wäre, mir geht das manchmal auf den Sack. Ich bin auch einfach so ein scheiß ungeduldiger Mensch. Meine Zeit ist kostbar, ja? Und dann will ich nicht durch die Stadt laufen und dann an Kreuzungen stehen bleiben müssen. Ja, aber ich muss sagen, mich nerven die Fußgängermenschen viel mehr manchmal, wenn da so alte Omas und Krüppchen vor dir rumlaufen und du musst ganz dringend irgendwie zur Arbeit oder zum Arzt. Ja, aber die kannst du ja umschiffen. Und die machen keinen Platz. Die kannst du umschiffen oder schreien. Weg! Stimmt. Das nehme ich mir jetzt zu Herzen. Ja, mach das mal. Einfach, wenn ich welche sehe, einfach von hinten schreien. Weg! Und dann werden sie durch einen Herzinfarkt umfallen und werden keine Belästigung mehr für mich sein. Das nehme ich so mit. Ja, bitte darum. Das ist dann auch fast natürliche Auslese. Ja, fast. Aber ich finde auch natürlich. Also wenn ich die zu Tote bringe, dann ist es ja ein natürlicher Tod. Apropos natürliche Auslese. Weißt du, was gerade im Kongo ausgelesen wird? Bücher. Nicht die Stromrechnung auf jeden Fall. Die haben einen Berg gefunden, der randvoll mit Gold ist. Das heißt Kongo Next Weltmacht. Ein Schatz. Ein Piratenschatz. Also da, ja so ungefähr, da gab es diese Woche sehr viele virale Videos, wie die Leute wirklich zu Hunderten da auf diesem Berg rumalbern und da wirklich eimerweise Gold abtragen. Die Frage ist ja, wem das Gold gehört. Ja, das Problem ist, dass dieses Gebiet im Kongo irgendwie sehr stark von Milizen kontrolliert wird. Und das ist, ja, ist nicht ganz klar, wie cool das dann verwendet wird. Es gibt ja dieses große Projekt, zum Beispiel die große grüne Mauer zu errichten in Afrika, um das Voranschreiten der Sahara-Wüste aufzuhalten, was immer weiter geht, weil heiß, 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 Klimawandel, Klimawandel. Aber ich glaube nicht, dass der Kongo sich daran beteiligen wird. Erstens ist er ein bisschen zu weit südlich und zweitens, die Miliz braucht halt unbedingt Waffen, vermutlich. Aber ich hoffe, dass wenigstens die einzelnen Privatleute da irgendwie was von haben und nicht irgendwie übelst ausgebeutet werden. Auf jeden Fall sehr, sehr nice Videos, wie die da echt zu Hunderten im glänzenden Gold wühlen. Wenn wir Hörermenschen haben im Kongo, dann bitte zu diesem Berg rennen und ganz viel Gold mitnehmen, bevor es die bösen Terrormilizen einsagt. Wir haben unser eigenes Gold. Weißt du, Tino, im Nostarraf-Universum, da gibt es so viel Comedy-Gold, wir brauchen das gar nicht. Au, stimmt. Das Au-Gold, ne? Ja, Au-Gold. Weißt du eigentlich, wie das entstanden ist? Äh, nee. Das war so ein Chemiker-Witz, den ich nicht verstanden habe. Da war eine Person, die eine andere Person von hinten genommen hat. Und auf dieser Person stand this und auf der anderen stand au. Und ich dachte, hä? Also das soll eigentlich bedeuten, this is fucking gold, so als Aussage. Ah. Ja. Aber ich dachte halt, hä, warum hat die vordere Person Schmerz beim Sex oder warum steht da au, au, au? Also das war auf jeden Fall richtig degeneriert. Anderen und ähnlichen Spaß gibt es in der Oase, in der man sich über Patreon für nur drei Dollar im Monat, das ist nichts. Ja? Wenn man das in Euro umwandelt, macht ihr plus. Äh. Ihr kriegt quasi Geld wieder. Ja, ist so. Äh, einkaufen kann. So. Und dann hat man da Exklusiv-Content. So war das jetzt eine Produktplatzierung. Wenn wir schon keine Werbedeals haben, warum gehen wir nicht eigentlich zum Döner in der Stadt und sagen, hey, guck, wir sagen jetzt jedes Mal deinen Namen im Podcast, dafür gibt es einen Döner kostenlos. Das wäre cool. Ich glaube, dass solche Leute wie Munsur das machen würden. Weil die ja eh sich einen goldenen Arsch verdienen. Und, äh. Hey, noch kein Name-Dropping, bevor wir das nicht hier. Es gibt auch. Vielleicht macht auch Zaza das. Genau, Zaza ist Nummer zwei für mich. Äh, was gibt es noch in Weimar für Dönerläden, die gut sind? Jetzt ist Zaza raus, wenn du sagst Nummer zwei für mich. Ja. Zaza ist sehr gut. Da ist der ehemalige Munsur-Mann. Ist ein ganz netter Mensch. Sie können auch zu eins aufsteigen, Zaza, wenn sie mir, ähm, jede Woche einen kostenlosen Döner vorbeibringen. Oder zwei. Nun gut. Nun gut, Tino. Nun gut. Genug mit lokalen Neuigkeiten. Nee, eine habe ich noch. Eine habe ich noch. Eine lokale Neu. Oh Gott, echt? Dann müsst ihr jetzt durch, ja. Bist du denn vertraut mit Erfurt? Mit den Restaurants, die es dort so gibt. Und den Imbissbuden. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben wirklich, naja, schon, klar, so beim Chinesen mal gesessen. Aber so dieses, ich gehe jetzt mal in so ein Restaurant und esse da mal so ganz bewusst. Das ist scheiße. Hm. Kommt drauf an, aber ich war ganz gerne in Erfurt im Cognito. Die sind, glaube ich, am, nee, ich weiß nicht, wie die Stelle heißt. Am Fischmarkt in der Nähe. Und die haben auch so ganz geile vegane Bowls und so und Burger gehabt. Und die haben sich jetzt eingereiht in die Corona-Leugner, mehr oder weniger. Die fangen jetzt an, so Postings zu machen mit Xaver Naidu-Songs und Andreas Caballier und schreiben dann Sachen von Schlafschafen. Und ihr seid ja alle gleichgeschalten. Und wer kritisch ist, ist gleich ein Nazi und ein Verschwörungstheoretiker. Und die werden jetzt gerade richtig hart gecancelt, also in Erfurt zumindest, von den ganzen Veganer-Leuten und Menschen. Und da warnen jetzt ganz viele davor, da hinzugehen. Und Cognito hat zwar jetzt diesen Beitrag gelöscht, aber die ganzen Menschen versuchen gerade das überall zu teilen, auf Jodel, Instagram und Facebook. Haben Screenshots gepostet oder auch Twitter, damit alle Menschen mitbekommen, dass Cognito halt Betreiber hat, die Maßnahmen kritisch sind und verschwörungstheoretisch drauf sind. Geil. Cancelst du diesen Laden jetzt? Nein, ich wollte nur erzählen, dass das so ist. Also unterstützt du diesen Laden, ja? Nein, ich gehe einfach nicht mehr hin. Also cancelst du ihn, na toll. Nein, ich gehe nur nicht hin. Andere können gerne hingehen. Alter, aber was ich diese Woche rausgefunden habe, das war so eine Sache. Ich glaube, wir hatten es tatsächlich auch schon mal im Podcast erwähnt, aber ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm. Dieses French Fries, nicht mehr French Fries nennen zu wollen in Amerika, sondern Freedom Fries. Ist ja eine schöne Idee. Ja, das war nämlich damals, als sie den Irak einmarschiert sind, da hat Frankreich nämlich gesagt, finden wir nicht gut. Und daraufhin haben nämlich die Republikaner gesagt, jetzt nennen wir die French Fries nicht mehr French Fries, die heißen jetzt Freedom Fries. Und das sind dieselben Leute, die sich über Cancel Culture aufregen. Also das ist halt wirklich ganz schön dumm. Das wird sich nicht durchsetzen, glaube ich, dieses Freedom Fries-Ding. Das ist ja jetzt 20 Jahre her, aber trotzdem. Das ist so dumm. Das ist halt wirklich Doppelmoral ohne Ende. Das ist das, was ich schon seit Jahren an den Pranger stelle, wo ich dann immer als links-grün-versiffter Ideologist abgestempelt werde. Es ist einfach so, dass Republikaner und andere rechtsgesinnte Parteien, gerade auch in den USA, A sagen und B handeln. Das ist doch immer so. Ja, Tino, jetzt hast du es schon geschafft, auf die AfD überzuleiten. Toll. Richtig. Das war mein Ziel. Was war denn das für eine Woche? Ist das deine, ich jerk-up-Woche gewesen oder ist das deine scheiße Blue Balls jetzt doch nicht? Was ist denn da passiert diese Woche, Tino? Es war eine Achterbahn der Gefühle, sage ich dir. Es kam nämlich erst die Meldung, dass die AfD als Verdachtsfall eingestuft wird vom Verfassungsschutz. Und ich dachte erst, geil, irgendwie cool, dass es endlich mal passiert, dass jetzt endlich mal auch dafür gesorgt wird, dass man diese Leute auch mehr überwachen kann, um zu checken, ob die echt so verfassungsfeindlich sind, wie man es denkt. Aber dann dachte ich mir, naja, eigentlich kann das auch nach hinten losgehen, weil eigentlich darf der Verfassungsschutz das gar nicht so in die Öffentlichkeit stellen, dass man beobachtet wird. Und so war es auch gekommen, es gab das Verwaltungsgericht Köln, genau. Die haben jetzt dafür gesorgt, dass die AfD nicht mehr als Verdachtsfall behandelt werden darf in der Öffentlichkeit, um die Chancengleichheit zu gewährleisten bei den kommenden Bundestags- und Landtagswahlen. Und das heißt, es spricht nichts dagegen, die AfD zu beobachten oder als Verdachtsfall einzustufen. Aber dass es öffentlich bekannt geworden ist, das ist gerade das große Problem. Und das finde ich halt schwierig, weil ich habe es auch irgendwo mal gepostet, es gibt eine Partei und es gibt viele, viele Menschen, die vermuten, dass diese Partei verfassungsfeindlich ist. Und es wird vermutet, dass die demokratische Grundordnung umgestoßen wird, ja. Die gibt es, so, die ist da. Man vermutet es. Aber man darf es nicht so benennen, weil bald Wahlen sind und man ihre Chance nicht eindämmen möchte. Das finde ich halt völlig ans Thema vorbei. Ist das explizit nur, weil Wahljahr ist oder wäre das in jedem anderen Jahr ja auch so? Nee, wegen der Chancengleichheit. Auch weil die Wahlen jetzt sind, hätte man das so nicht in der Öffentlichkeit rumposauen dürfen. Also eine Beobachtung heißt ja nur, dass die Nachrichtendienste auch jetzt die AfD-Leute ausspähen dürfen. Also die Geheimen-Nachrichtendienste. Und das heißt aber nicht, dass man jetzt, dass die AfD jetzt dazu schreiben muss, Achtung, wir sind verfassungsfeindlich oder wir sind ein Verdachtsfall. Es ist einfach nur ein Urteil, was intern gefällt wird und eigentlich gar nicht so unbedingt in die Öffentlichkeit raus soll. Ja, wie ist das denn dann passiert? Das muss wer geplaudert haben. Ich weiß auch nicht wer. Ich habe es auch nicht rausgefunden. Ich habe es gegoogelt, aber ich habe nicht rausgefunden, wie dieses Leck zustande kam. Aber es kam halt zustande und jetzt dürfen die nicht mehr als das betitelt werden. Das heißt, du gibst eine Partei, die möglicherweise faschistische Gedanken hat und die demokratische Grundordnung umschmeißen will. Eventuell gibst du ihr die Chance, jetzt bei den Wahlen die Macht an sich zu reißen. Und das nur, weil wir irgendwelche bürokratischen Regeln haben, dass man es nicht sagen darf, dass die geprüft werden. Nein, aber ist das jetzt so ein Szenario, wo gesagt wird, nee, ihr dürft das nicht. Wink, wink. So, also, das ist ja, was ist denn das für eine Situation jetzt? Ihr dürft das nicht. Eigentlich wurde ja irgendwie entschieden, dass es korrekt wäre, das zu tun, aber nicht öffentlich. So, jetzt heißt es, nee, ihr dürft das nicht, aber morgen, heimlich, dürft ihr dann doch wieder, oder wie? Also, weil sonst ist es ja völlig degeneriert. Das ist alles. Es ist in jeder Situation, egal wie das jetzt ist, ist es dumm. Jetzt wurde erstmal alles gestoppt, auch die AfD zu beobachten und so weiter, weil jetzt eben erstmal mal Wahlen sind. Das meine ich aber, du würdest das ja jetzt theoretisch gar nicht mitbekommen, wenn es nicht gestoppt würde. Ja, sozusagen. Das ist ja alles dumm. Klar, es ist dumm. Wenn es komplett gestoppt wird, ist es dumm. Wenn es heimlich jetzt doch weitergeht, ist es dumm. Es ist alles dumm. Es ist alles dumm einfach, ja. Ah, ja, das Leben ist schön. Aber es hätte ja sein können, also es ist ja der Plan gewesen, die AfD zu beobachten bis zu den Wahlen, um dann eventuell wirklich belastendes Material zu haben, um sagen zu können, halt stopp, bevor er jetzt die Wahlen macht. Wir haben konkrete Beweise dafür, dass die AfD die demokratische Grundordnung aushebeln will. Deswegen wird sie jetzt verboten oder zumindest nicht zugelassen zur kommenden Wahl. Das war der eigentliche Plan. Wie auch bei der NPD damals, beim Verbotsverfahren und so weiter. Aber es ist alles ein bisschen kompliziert, aber... Wo war die Chancengleichheit für die arme NPD da? Nee, die ist nicht verboten worden, weil sie zu unbedeutend ist, zu unrelevant ist. Nee, nicht verboten, aber die wurden nicht beobachtet. Die wurden beobachtet, genau. Die hatten auch V-Männer. Aber da war es ja klar. Also die sind ja wirklich offensiv rangegangen mit ihren nationalistischen Gedankengängen. Da war das ja irgendwie klar, dass sie beobachtet werden. Das war auch schon sehr früh so. Aber das Verbotsverfahren war halt dann irgendwie nur deswegen gescheitert, weil sie halt unrelevant sind. Aber trotzdem, mit dem Thema, das war deine Woche, oder? Deine Woche. Ja, es geht. Ich habe es auch nur am Rande verfolgt so ein bisschen, weil ich dachte, naja, komm. Wenn sie eh nicht beobachtet werden dürfen, das ist ja eigentlich wie vorher. Jetzt kann die AfD wieder sagen, ha, guck, wir sind die Opfer. Das dürfen die eigentlich gar nicht. Wir wurden mal wieder falsch behandelt und es ist auch alles das Gleiche. Die schlagen aus allem Profit. Das ist immer das gleiche Programm. Die sind so gerissen. Die sind raffiniert. Die nehmen die Ausländer nicht an. Oh Gott, Alter. Ja, gut. Schön, dass du mir da Aufklärung verschafft hast. Ich habe hier nämlich noch so einen Spiegelartikel, wo Meuthenhöcke und der alte Mann, der irgendwie nicht sterben will. Wie heißt der? Gauland. Gauland, genau. Ähm, ja, die laufen da echt lang wie, wie, ich weiß nicht, wie so kleine, die stolzieren ihn. Also ich würde, ich glaube, der Fotokünstler, der framet dieses Bild schon ein bisschen. Also es wirkt, ich weiß nicht, ob das auch so wirken würde, wenn da irgendwie, was weiß ich, äh, CDU-Politiker langlaufen würden. Da würde ich vielleicht eher lachen, aber hier, die, die sehen alle irgendwie so ein bisschen, guck mal, wie der Höcke in die Kamera guckt, so böse. Der guckt immer so. Aber das, das, das dürfen die doch, das, das dürfen doch diese Cover-Leute von Spiegel. Das heißt ja nicht, dass sie jetzt neutral sein müssen. Äh, die dürfen durchaus auch Meinungen vertreten, wenn sie das möchten. Nee, hab ich, ich hab ja gar nichts dagegen, sollen sie machen. Doch, hast du grad gemacht. Nee, ich hab, ich hab das nur bemerkt. Ich habe es erwähnt. Ich kenn das Bild gar nicht. Spiegel, AfD. Ist das, äh, auf ihrer Homepage? Also auf der Spiegel. Ach, hier, genau, die Stürmer. Oder? Nee, das ist Kalbitz. Sind die da zu dritt zu sehen? Warte, ich schicke es dir bei, äh, Tele, Tele-Discord. Tele-Cord. Äh. Da, dieses, dieses Foto, was man da sieht. Ach, das hier. Meuten, Höcke und... Vielleicht hast du mich auch schon so eingelullt mit deinem AfD-Hass, dass ich nur ein Bild sehe und denke, oh, die sehen da aber echt ein bisschen böse aus. Ich meine, der Meuten hat zumindest so was ähnliches wie ein Lächeln drauf, aber... Der Höcke guckt schon, guckt schon ganz schön sauer. Ja, es stimmt schon. Es fiel mir auch schon auf, dass oftmals von rechten Politikern, ähm, bei so Magazinen nicht die vorteilhaftesten Bilder genommen werden, das stimmt. Also gerade von Weidel werden gerne Bilder genommen mit Doppelkinnen und komischem Blick. Das stimmt schon, aber ich finde, das zeigt ja auch irgendwie ihre inneren Werte. Ah ja. Schön. Aber Gauland hat, Gauland hat gar keine... Was ist denn das? Die Dackelkrawatte fehlt, oder? Ah, die hat die Dackelkrawatte abgelehnt. Äh, abgelegt. Abgelehnt. Abgelegt. Der Höcke hat Krawatte generell abgelehnt. Der Höcke, der ist sexy unterwegs, mit zwei Knöpfen auf. Den war warm, in dem Fall. Aber ich finde eh, die Zeit von Politikern mit Krawatte sollte irgendwie mal vorbei sein. Die könnten von mir aus auch nackig im Bundestag stehen. Es würde auch wieder, weißt du, es würde auch wieder so ein bisschen diese Klassengesellschaft aushebeln, weißt du? Dass alle im Bundestag gleich aussehen. Alle nackt. Ja, ist richtig, aber, ich weiß nicht, dieses Stocksteife und, oh, immer. Ganz korrekt. Und ich habe hier, ich weiß nicht. Warum müssen die alle Krawatte und Anzug haben? Aber das wäre es doch, oder? Wenn man einführen würde, dass Politiker im Bundestag einfach immer nackt sein müssten. Ich musste gerade ein bisschen meine Nase hochziehen, damit sich Herr Rodes am Podcast erfreuen kann. Naja, ich meine, mein Nasenspray hat noch nicht genommen. Jetzt ist es passiert. Jetzt ist es um 12 Uhr. Ach, Robin, du vernachlässigst deine Gesundheit. Nee, nee. Ich habe daran gedacht, ist okay. Ja, was nicht okay ist, ist, was der Biden schon wieder gemacht hat. Toll. Oh nein, der Joe. Joe. Also, nur kurz. Ich will ja nicht wieder so ein Riesen-Amerika-Segment. Aber. Aber. Es gab jetzt offiziell bestätigt, ich glaube seitens, wer macht das? Was weiß ich, amerikanische Geheimdienste. Irgendeiner davon gibt es ja tausend. Die haben bestätigt, dass der Kronprinz von Saudi-Arabien für die Ermordung von Khashoggi verantwortlich ist. Was ja eh so eine Sache ist, die irgendwie viel zu sehr unterm Radar ist. Da ist ein, ich glaube, arabisch-stämmischer, aber US-amerikanischer Journalist in die Botschaft gegangen und gevierteilt wieder rausgekommen. Ach ja, stimmt. Lest euch da mal rein, ich bin gerade auch nicht hundertprozentig firm damit, aber diese Sache ist auf jeden Fall also wirklich sehr viel weniger diskutiert, als es eigentlich gemacht werden sollte. So, und der oberste Boss, ja, der Kronprinz von Saudi-Arabien ist jetzt bestätigt damit in Verbindung gebracht, dafür verantwortlich. Und das ist sehr interessant, denn es geht einfach alles weiter wie bisher so. Irak, Iran, alle böse, alle böse. Aber Saudi-Arabien, ja, die eigentlich, die Fädenzieher bei den ganzen, oder nicht bei den ganzen, aber bei vielen Terrorakten und so sind, die haben nämlich Öl. Und die sind die besten Freunde der Amerikaner. Ja, und es gab halt jetzt keine, keine Konsequenz. Es wurde nicht mal gesagt, eh, das ist aber gemein, dass du diesen armen Mann gevierteilt hast. Das finde ich irgendwie doof. Vielmehr wird jetzt noch spekuliert, aber das ist nicht hundertprozentig klar. Es gab ja diesen einen Bombenangriff in Syrien auf so eine Basis, dass das so ein Zugeständnis war irgendwie, dass das Ziel quasi so ein, den Saudis vielleicht sogar ein Dorn im Auge war. Aber das ist Spekulatius. Ich wollte es nur kurz erwähnen, weil wenn wir hier irgendwie ein Jahr darüber geredet haben, was Trump immer für Scheiße macht, da ist es ja wohl jetzt das Mindeste, dass ich auch mal sage, dass Biden zumindest hätte sagen können, eh, so gevierteilte Journalisten, die mögen wir eigentlich nicht so. Aber es ist nichts dergleichen passiert. Aber er ist ja nicht der Einzige. Ich habe auch schon mal angesprochen, dass die WWE ja auch mit Saudi-Arabien so einen Deal hatte. Da gab es auch ganz viele, die gesagt haben, wie könnt ihr solche Länder unterstützen, die Menschen hinrichten und wo Frauenrechte nichts gelten. Dann dokumentieren die wiederum, ja, wir als amerikanisches Unternehmen wollen auch ein bisschen Freiheit nach Saudi-Arabien bringen und ihnen zeigen, wie eine offene Welt sein kann. Und framen das dann so ein bisschen um irgendwie in eine Aufklärungsmission. Aber eigentlich geht es auch nur um Kohle. Ja, immer. Beste. Ah, naja. Leider immer. Das auf jeden Fall kurz dazu. Tino, warte, ich muss gerade mal gehen. Wir wollen doch professionell sein hier im Brennpunkt. Es ist okay, auch mal so ein bisschen den Podcast chillig anzugehen, weißt du? Wir liefern ab jede Woche, wir bringen Lacher, wir bringen die spannendsten News und Insider-Informationen. Dann dürfen wir auch mal müde sein und ruhig sein und dürfen auch mal einfach entspannt, ungezwungen vor uns hingehen, finde ich. Eine Sache, die hier in Deutschland vielleicht gar nicht diskutiert wurde, aber ich auf internationalen Webseiten namentlich allgemeiner.com, auch ganz witzig. Ich vermute, dass diese Seite gerne über deutsche Sachen berichtet. Aber allgemeiner halt mit AML. Egal. Wenn wir eh gerade hier über Tinos Lieblingsthema reden, ja. Nein. Hier ist die Überschrift, we are Hitler's people, then and now. Violent hatred of Jews exposed among students at elite German university fraternity. Und diese ganzen Burschenschaften, also die kann ich ja überhaupt nicht emotional nachvollziehen, ja. Diese Leute irgendwie, die komisch aussehen und in Heidelberg ihr Vesperstüb putzen, ja. Also was soll denn das? Ich hab da auch wenig Verbindungen zu solchen Verbindungen, haha. Also ich kenne halt so in Eisenach jemanden, der auch mal sagte, ja, es gibt sehr viel Antisemitismus in solchen Verbindungen und auch viele Rechte. Aber unsere Verbindung ist ja ganz anders, unsere Burschenschaft. Wir sind ganz anders, klar. Wir haben auch so komische Anzüge an und Uniformen und singen altdeutsche Lieder, aber wir sind nicht rechts. Also es geht auf jeden Fall um die Burschenschaft. Und Normania, oder nicht Burschenschaft, äh, was hast du doch gesagt, was sind diese Wörter da, Alter? Es ist... Verbindung. Verbindung, ja, Studentenverbindung, was auch immer. Ähm, Normania in Heidelberg. So, und da gab's irgendwie so ein Treffen im August. Und als ein 25-Jähriger über seine jüdische Abstammung gesprochen hat, wurde er halt runtergemacht, mit, äh, Gürteln ausgepeitscht und, ähm, Pelted with Metal Coins. Was ist denn Pelted, Alter? Naja. Warum ist mein Stuhl immer so am, am quietschen? Das hab sogar ich gehört. Aber ich glaube, der, äh, wurde, also mit solchen, mit einem Sack voller, voller Münzen geschlagen, oder wie? Ah, ja, das kann sein. Aua. Das ist halt, also, ja, das heißt einfach nur verprügelt, dumm. Ja. Das ist, das ist halt, also, ich sag mal, wenn das in einem Film passieren würde, hätte das eine, eine gewisse Komik, ja? Wenn man sagt, ha, 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 du bist Jude, wir bewerfen dich mit Geld. Ja. Aber wenn das in echt passiert, ist das irgendwie nicht so cool. Sie haben ihn nicht mit Geld beworfen. Sie haben ja, äh, das Geld in einen Sack gesteckt und ihn damit geschlagen. Das ist jetzt nicht mit Geld bewerfen. Tino, komm. Das kenne ich anders. Das kenne ich anders. Sie hätten den Sack vorher aufmachen müssen und dann über ihn streuen können. Streuen können. Das wäre schön gewesen. Äh, es ist ja auf jeden Fall, warum sind das alles so Spackos, Alter? Warum, warum, Alter, ey, das ist, das kam mir auch, Alter. Ich, ich muss es doch mal sagen, als ich mich mit dieser Gruppe 16-Jährigen gebieft habe, weil die einfach nur im Weg standen und dann, äh, Testosteron-gesteuert rumgebrüllt haben. Da ist mir so schlagartig klar geworden, wie das geht, dass so viele dumme Menschen irgendwie Corona-Leugner sind zum Beispiel. Aber gleichzeitig habe ich mir auch überlegt, Alter, warum beschäftigen sich so viele in ihrem Leben mit so viel Scheiße, Alter? Weißt du, also, warum, warum immer dieses schlecht, schlecht, schlecht? Also, ich kenne ja diesen Busfahrer, ja, der auf Facebook immer dumme Scheiße postet. Bei dem vermute ich einfach, der ist in seinem Leben sehr frustriert, sucht irgendeinen Schuldigen dafür, kommt nicht bei sich selbst an, sondern bei den bösen Politikern, so. Die machen natürlich nicht alles geil, gibt viele Spackos auch da, ja. Aber das ist ja jetzt hier nicht, nicht, äh, des Rätsels Lösung, dass die für alles verantwortlich sind, was in seinem Leben falsch läuft, so. Aber von dem kriege ich ganz klar diese Vibes. Aber kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei allen so ist. Ich kann, ehrlich gesagt, mir nicht vorstellen, dass diese Leute in dieser Burschenschaft jetzt hier, auch alle einfach nur frustriert sind und aufgrund dessen sich da dieses Feindbild, klar, diese Verbindungen, die sind auch in der Regel, weil, irgendwie historisch gesehen, die sind ja eher so national eingestellt, so, weil das irgendwie in der Geschichte einfach wichtig war, dass, ich glaube, darüber war irgendwie Deutschland quasi schon geeint, auch bevor es geeinigt wurde oder so. Dieser Zusammenhalt, ich weiß es nicht, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, warum man seinen Vesperstüb putzen muss. Und da kann ich mir auch trotzdem nicht vorstellen, dass das alles Leute sind, die einfach diesen Frust in sich tragen. Aber ich kann es mir auch andersrum nicht vorstellen, dass man ohne diesen Frust in sich zu tragen, äh, in sich trägt, alter, ich kann nicht mehr reden, ohne diesen Frust in sich zu tragen, so ein Feindbild so aggressiv aufrechtzuerhalten. Weißt du, was ich meine? Ja, das muss aber nicht mal Frust sein. Das kann ja auch einfach wirklich einfach nur bedeuten, dass du irgendwie dich als Gruppe gehörig fühlst, indem du einfach eine Gruppe ausschließt oder eine Gruppe diskriminierst. Und, ähm, es sind leider sehr, sehr häufig jüdische Menschen, auf die rumgehackt wird, weil die sich offenbar, weiß ich nicht, das hat irgendwie auch geschichtliche Hintergründe, aber gerade so in solchen deutschen, ähm, Verbindungen ist es ja offenbar oftmals der Jude, der das ist, auf den man hauen kann. Und da geht es nur um, um Hass auf eine, auf eine Gruppe, auf einen Menschen, der diesen Zusammenhalt fördert. Es ist nicht immer nur Frust. Ja, nicht nur, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass, gut, ich schließe halt von mir auf andere so, aber ich weiß, wenn ich sehr ausgeglichen bin, nicht so allgemein, sondern an Tagen, wo es, da habe ich überhaupt keine Energie, um mich über solche Spackos da aufzuregen, die 16-Jährigen oder so, weißt du? Oder die über mich oder, also ich kann das dann nicht nachvollziehen, Mann. Es gibt so viele schöne Sachen, weißt du? Da kann man sich dran erfreuen, aber nein, äh, ich stehe jetzt ja eine halbe Stunde vor deinem scheiß Balken rum, weil ich habe nichts Besseres zu tun in meinem scheiß Leben. Was ist das? Was ist das, Tino? Ja, vielleicht eine fehlende Lebensaufgabe, ich weiß es nicht, ich habe es auch nie verstanden, warum man sich nur mit schlechten Dingen befassen muss. Sein Premium-Diss, auf dem er dann hängen geblieben ist, hat er dreimal gesagt, jetzt verpiss dich hier mit deinem Brennholz, weil ich ein Skateboard dabei habe. Das war so sein ultimativer End-Diss. Ja, er wollte sagen, jugendlichen, anderen Kumpels cool wirken wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, er war kurz still. Naja, als ich gesagt habe, ey, nur weil gerade hier Frauenaugen auf dich blicken, musst du dich jetzt hier nicht aufspielen wie ein Alphatier oder so. Und da ist er plötzlich ganz still geworden für so fünf Sekunden. Aber hast du ihn entlarvt? Ich vermute, dass ich da so ein bisschen, das ist vielleicht, guck mal, weißt du, in der Pubertät, vielleicht ist der junge Mann sexuell frustriert, der würde gern mal ein Mädchen küssen, aber keine will ihn, weil er sich immer verhält wie ein Arschloch. Ja? Jeremy. Oder er sieht, dass immer die Arschlöcher die Frauen bekommen, jetzt will auch einer werden, also eins werden, ein Arschloch, wenn es funktioniert. Kann ja sein, dass es in der Gruppe so ist, wo er sich da aufhält, dass dann die Alpha-Männer die ganzen Weibchen abbekommen, kann ja sein. Also die Weibchen kamen halt an und haben gesagt, warum machten ihr jetzt hier so sinnlos Stress? Das haben die halt gesagt. Und ich so, guck doch mal, hier, einmal Vernunft in deinen Ohren. Egal, ich bin jetzt fertig mit diesen Leuten. Aber zum Thema passt auch gerade der neueste Post von Attila Hildmann. Der wird ja auch gerade wieder noch gesucht auf Strafbefehl. Und da hat es gepostet, ich zitiere, Sei mutig, denn die Juden werden dir alles nehmen, wenn du dich nicht wehrst. Du bist im Krieg und ich wusste es seit Tag 1. Segen für dich und Sieg Heil für alle Väterländer und Völker. Komm auf meine zensurfreie neue Videoplattform. Wtube.org Ich wusste, es musste bitchut sein. Ja, das sind die alle. Das kenne ich noch gar nicht. Ist das so ein Verschwörungs-Nazi-Ding? Nicht per se. Nicht per se. Aber er sagt ja meine. Es ist einfach zensurfrei. Also da kannst du wirklich hochladen, hochladen, hochladen. Fragt sich natürlich, wie lange das da noch geht, aber... Aber er sagt ja meine Videoplattform, als wäre es seine. Ja, der soll die Schnauze halten, Mann. Aber merkst du was? Die letzten Postings, die er so gemacht hatte, waren immer so mit, also statt Juden hat er immer gesagt Zionisten und hat oft den Konjunktiv benutzt. Aber jetzt ganz konkret, die Juden nehmen die alles weg und Sieg Heil und so weiter. Das ist schon eine ganz neue Ebene. Und ich glaube, es steht... Ja, das ist schon kein Dogwhistling mehr. Das ist Hunde ins Ohr schreien. Ja. Und ich habe eine Vermutung, Robin. Ich glaube, er ist ein Nazi. Nein. Ich weiß, ich grabe die Keule sehr häufig aus, aber ich glaube, bei ihm könnte sich ein Nazi verbergen. Vielleicht. Ich will es nur mal angemerkt haben, dass mir der Gedanke kam, dass er so ein bisschen Hitler verehren könnte und so ein bisschen rechts angehaucht ist. Vielleicht ist das die späte Rache, weißt du wie? Wofür? Naja, die ganze Welt ist quasi sauer, weil die Nazis damals... Jetzt kommen hier alle Migrationsgründigen rein, verdrängen uns arme Deutschen und sind selber die neuen Nazis. Ah. Aber er ist ja auch irgendwie türkischstämmig. Ja, sag ich ja. Das ist alles so unfassbar sinnlos. Das ist doch gleich das nächste Beispiel, wo ich mir sagen könnte, ach komm, ey, muss das denn sein? Musst du denn jetzt wirklich deine ganze Lebensenergie da rein? Klar, aus seiner Sicht, der wird wahrscheinlich denken, er macht hier gerade eine ganz gute und wichtige Sache und dann hat man die Energie für. Aber, oh, Alter. Ja, ich muss auch sagen... Wenn der ein schönes, entspanntes Leben hätte, Alter, da würdet ihr das gar nicht machen. Da würde der sich zurücklehnen und einfach sein Leben genießen. Das sind alles dumme, frustrierte Kackstelzen. Ja, aber ich muss auch sagen, ich bekomme auch oftmals so die Frage von Leuten, warum ich mich denn so beschäftige mit Nazis und mit Rechtsradikalismus und solchen Sachen, dass es ja schönere Dinge auf der Welt gibt. Stimmt, sehe ich ja auch so. Ich könnte mich auch einfach nur irgendwie hinsetzen und Netflix gucken und mein Leben genießen. Aber ich kann ja solche, solche hirnverbrannten Leute wie diesen Hildmann nicht einfach machen lassen, weißt du? Und ich will es nicht vergleichen, aber er wird es wahrscheinlich ähnlich sehen, ja. Er denkt ja offenbar wirklich, dass irgendwie Juden ihm alles wegnehmen und dass man was dagegen machen muss. Und deswegen wirft er sich halt jedes Mal neu in diese Schlacht und denkt, er tut was Gutes fürs Land, wenn er gegen Juden hetzt. Oh Mann, oh Mann. Sehr, sehr in diese Richtung lastig heute. Ja. Gut, dann lenken wir mal auf ein anderes Thema. Ich gucke nämlich nebenbei gerade so ein bisschen auf Google Maps. Sag mal, Trump wollte doch irgendwas tauschen. Grönland wollten die doch von Norwegen, von Dänemark abkaufen oder so, ne? Ich meine, Dänemark ist ja relativ nah an Deutschland. Vielleicht könnte ich da einfach mal hinfahren und mal anfragen, ob ich einfach mal ein Stück Grönland kaufen könnte. Nur so ein kleines Stückchen. Denn da liegt ja die Zukunft begraben. Wenn das ganze Eis schmilzt, ist Grönland dann ja schön grün, literally. Und vielleicht sollte man da früh rein... Nein, investiere. Oder Island. Aber in Island gab es, liebster Tino, Überleitung, 18.000 Erdbeben in einer Woche. 18.000 in einer Woche? 18.000. Das sind natürlich dann alle keine 7,0, 8,0 Dinger. Aber trotzdem 18.000 spürbare Erdbeben. Holy shit, was ist das? Und es wird ein Ausbruch erwartet. Ein richtig großer Vulkanausbruch. Ja, es kann eben sein, dass Island irgendwann mal einfach nur kaputt geschüttelt wird und irgendwann so ein Vulkan von unten aufsteigt und die ganze Insel zerfetzt. Alter, diese Kirche in Island, die ist ja auch völlig... Reykjavik. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt, aber die sieht ja auch sehr majestätisch aus. Eine Kirche? Reykjavik Church. Ich gucke mal rein. Oder Island Church wahrscheinlich auch gehen. Ich weiß gar nicht, wie das geschrieben wird, Reykjavik. Ah ja, passt okay. Ja, schön. Sieht fast aus wie aus einem Videospiel. So eine Festung irgendwie. Mega nice. Da könnte jetzt Bowser drin sein. Also. Das sieht halt von vorne aus wie eine Rakete irgendwie, finde ich. Ja. Egal. Kleiner Abschweifer. Auf jeden Fall investiert in Grönland. Ihr habt es zuerst gehört. Island wird eventuell nächste Woche nicht mehr existieren. Ja, ist Geschichten. Brennpunkt Island. Da können wir dann in ein paar Jahren diese verbrannten Vesuv-Fleichen uns angucken. Super geil. Ja, Grönland war für mich jetzt nicht so... Pompeii-Style. Ist für mich jetzt nicht so in meinem relevanten Sichtfeld. Ich weiß gar nicht. Ja, noch nicht. Ja, wenn wir hier ertrinken und Grönland grün ist, da kommst du wieder angekrochen, Tino. Die sind grün und nicht grün. Eine... Wie viel sind es? Zwei Millionen Quadratkilometer ungefähr. Ach, doch so groß. Hm. Aber so kalt auch. Oh nein, da will ich nicht hin. Noch, noch, Tino. Noch, Tino. Diese Woche ist wieder eine Eisplatte vom arktischen Eis abgebrochen, die doppelt so groß ist wie Chicago. Das ist auf jeden Fall eine solide Leistung. Das ist gar nicht so untypisch, dass Eisplatten abbrechen, aber in welcher Frequenz das derzeit passiert und wie groß die Platten sind, das ist auf jeden Fall nicht so gut, sag ich mal. Es sind Grad ein Grad in Grönland. Immerhin. Es ist fast so warm wie hier. Und Sonntag, wenn ihr es hört, sind es zwei Grad sogar. Wow. Mhm. Dann fällt es wieder runter auf minus vier Grad. Naja gut, es geht. Also noch ein bisschen auf die Tube drücken mit CO2, dann wird es vielleicht in zehn Jahren ein bisschen wärmer werden als hier. Ja. Also als hier jetzt. Mach das bitte nur, falls ich ein Stück Grundstück bekomme in Grönland. Was würdest du bezahlen dafür, für so einen Quadratmeter? Fünf Euro. Mhm. Klingt realistisch. Aber nicht pachten, dann will ich ihn aber auch haben. Ich schicke dir mal hier das Bild von der Eisplatte, die da abgebrochen ist. Die Eisplatte A74, wenn ihr das nachschauen wollt. Und daneben ist auch ein Halloween-Crack. Ich vermute an Halloween 2020 ist da dieser Riss entstanden. Mal gucken, da bricht dann die nächste große Eisschulle ab. McDonald's Ice Rumpets. Der ist wohl ein dicker Mann, der zu viel McDonald's Burger gegessen hat, daran langgelaufen. Dann ist da dieser Riss entstanden. Die ist groß, die Platte. Die ist sehr groß, ja. Aber schmilzt die dann einfach irgendwann und versinkt im Meer oder treibt die jetzt irgendwie Richtung USA oder so? Naja, du kennst es ja aus Weimar. Je größer die Schneehaufen sind, desto länger brauchen die zum Schmelzen. Das stimmt. Ja, die sich aufteilen in viele kleine Schneehaufen, dann geht das schneller. Das stimmt. Okay, genug Hiobs-Nachrichten. Hey, Google. Ja, genau, wollte ich auch gerade ansprechen. Echt, ja? Aber mach du, mach du. Werbungen aufgrund eurer... Nee, stopp. Google hört auf. Google hört auf. Yes. Endlich. Google hört auf. Werbungen aufgrund eurer Browsing-Geschichte und Cookies. Warte. Alter, ich bin heute echt wieder übelst zerballert, ey. Also, Google hört auf, Werbung zu schalten aufgrund der Browser-Historie und wird nicht mehr in Chrome Cookies supporten wegen Privatsphäre quasi. Das machen die auch schon länger, ne? Das wusste ich auch, ne? Ich hab auch vorhin erst gelesen, dass bei Google Chrome schon lange sich ein Rückzug angebahnt hat mit Cookiespeicherung. Und dass Google schon seit Jahren plant, diese Werbemaßnahmen runterzufahren. Was ich doch überraschend finde, weil Google ja davon auch lebt, ja? Die bekommen ja... Es ist ja ein Werbeunternehmen, kann man fast schon sagen. Und dass sie sich ja jetzt zurückziehen wollen, verstehe ich nicht ganz. Also, ich wüsste gerne, in welche Richtung sie jetzt denken wollen. Ich glaub, die haben einfach gemerkt, dass es nicht lukrativ ist. Ich fand das immer absurd, weißt du? Ich geh irgendwie, weiß ich nicht, auf Ebay, kauf mir da was, hab das ja dann, so, kauf mir irgendwie Handschuhe auf Ebay. Auf einmal krieg ich dann Werbung für Handschuhe. Seid ihr nur dumm? Ich hab doch jetzt meine Handschuhe. So. Vielleicht haben die einfach gemerkt, dass das sinnlos ist. Aber kennst du das, dass du einfach über ein Thema sprichst mit jemandem, über Zelte zum Beispiel, dann bekommst du auf einmal Zeltwerbung bei Google und bei Ebay. Zelten, Camping, Zelt, Zelt. Ich werde gerne Zelten gehen, so. Mal gucken, was mein Handy mir nachher zeigt. Ja, aber ich kenn das. Und es ist nicht cool. Und es ist auch nicht cool, dass wir das eigentlich alles so hinnehmen, sag ich mal. Aber es ist ja ein guter Schritt, also gerade wenn Google jetzt damit anfängt. Klar, es gab auch Druck von außen wohl, dass sie irgendwie so vom Kartellamt Ärger bekommen haben, weil sie wohl über die Hälfte des Marktes einnehmen. Aber dass sie jetzt auch diesen Schritt gehen tatsächlich und aktiv dafür sorgen, dass man nicht mehr getrackt wird, so aktiv. Das, finde ich, ist eine gute Sache prinzipiell. Auch wenn wir nicht ahnen können, was sie jetzt dafür als nächstes planen. Es kann ja sein, dass sie jetzt dafür was viel Schlimmeres in petto haben. Na, mal schauen. Es gab damals mal so eine Aktion von, als Google Street View rauskam, da ist Martin Sonneborn von Haus zu Haus gezogen mit so einer Google Kappe und einem T-Shirt und einer Kamera und meinte, wir führen ab sofort auch Google Home View ein und stellen Kameras überall auf. Und es gab echt Menschen, die haben ihre Wohnung filmen lassen. Witzig. Oh Mann. Ja, also ich glaube, dieses ganze Thema, das juckt irgendwie die allgemeine Gesellschaft weniger, als es sollte. Ob es jetzt irgendwie so ein Snowden-Zeug ist oder Assange oder so, das sind dann alles irgendwie so Sachen, die wir irgendwie so, ja, oh krass, so. Weil es nicht greifbar ist. Es ist nicht greifbar. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Wenn irgendwie, weil, weiß nicht, du wohnst in einer Großstadt und es soll zwei Straßen weiter ein Asylbewerberheim aufgebaut werden, wo 30 Menschen unterkommen sollen, da gehst du mit Fackeln und Heugabeln auf die Straße und hast Angst vor Befremdung, aber dass du halt dein ganzes Leben lang ausgespäht wirst von Google und von anderen Geheimdiensten, NSA, das ist dir halt scheißegal, weil du es nicht mitbekommst und weil es dir einfach, weiß ich nicht, weil es in dein Leben nicht eingreift, also du merkst es zumindest nicht. Das sind völlig falsche Verhältnisse. Naja, also ich für mich hoffe einfach, dass sie das gecheckt haben, dass möglichst alle so denken wie ich, dass wenn ich Werbung kriege, ja, je öfter ich die gleiche Werbung sehe, desto unwahrscheinlicher ist, dass ich jemals dieses Produkt kaufe. Schon beim ersten Mal kaufe ich es nicht. Ich kaufe generell nichts, aber trotzdem, vom Prinzip her, ich kriege da einfach nur Hass und nicht, oh ja, interessant, aha, das werde ich mir mal anschauen, fick dich. Ja, das Thema hatten wir auch schon mal. Ich glaube, dass ich bin auch nicht wirklich verfänglich für Werbung, aber wenn eine Werbung gut gemacht ist und ich etwas häufig sehe, dann funktioniert es bei mir schon, dass ich mir denke, okay, die scheinen ja einigermaßen seriös zu sein, wenn sie das Geld haben, auch so auf Werbung zu schalten, so oft präsent zu sein. Und dann gehst du doch über, durch den Supermarkt oder surfst irgendwo und findest dann irgendwie diesen Anbieter und denkst, ja, den kennst du, hast du schon mal gehört. Dann gehst du ja eher dahin, weißt du? Also ich kann schon sagen, dass es bei mir funktioniert, zum Teil zumindest, wenn es mich interessiert, das Thema und ich auch was davon habe irgendwie. Ich kaufe mir jetzt keinen Grill, nur weil mir ein Grill vorgeschlagen wird, aber wenn ich es sowieso vorhabe, weiß ich nicht, es ist ein Beispiel dafür, Holzleim, wenn ich Holzleim brauche für irgendeinen Tisch, den ich zusammenbauen wollen würde, nur als Beispiel. Und ich kenne durch YouTube-Werbung die Marke, was habe ich denn gerade hier stehen, B-Pack zum Beispiel, dann kaufe ich die auch eher, weil ich die schon mal gesehen habe. Also, weiß nicht, mir geht es zumindest so. Aber bei Musik ist es umgekehrt, wenn ich so Künstler gesehen habe bei ProSieben oder Sat.1, wie zum Beispiel Santatio Morto oder wie die heißen, dann höre ich die aus Prinzip nicht, weil die im Fernsehen kamen. Wenn irgendwelche Künstler oder Bands im Fernsehen vorgestellt werden, sind die für mich Dreck. Hipster. Ich weiß gar nicht warum, aber die sind ja für mich Dreck. Okay. Was für mich nicht Dreck ist. Gott, ist das schlecht. Also, es wurde jetzt die erste Impfung gegen Malaria gebaut, aufgrund der Pandemie, nämlich aufgrund der neuen RNA-Technik. Ähm, das ist doch schon mal uplifting. Sehr, sehr gut. Ja. Und, ähm, außerdem wurden in Nigeria 300 gekidnappte, äh, Schulmädchen released. Was ist denn da in Nigeria los? Und vor allem haben die, haben die auch so Schulmädchen-Outfit in Nigeria? Ich, oh Gott. Das liest man ja ständig, ne? Dass, dass in solchen, solchen Ländern irgendwie ständig Studentinnen und, äh, Schülerinnen entführt werden. Wahrscheinlich von irgendwelchen Menschenhändlern, die dann, die verticken an irgendwelche reichen Saudi-Arabischen Bonzen und Scheiche. Okay, also ich, ich dachte jetzt, das wird unangenehm, wenn ich das google, aber in Nigeria scheinen die Schulmädchen alle, oder Moment. Ach, das sind die gekidnappten. Alter, die, die sitzen halt hier alle in so Säcken rum. Das ist keine, keine, nicht, nicht dieses, oder? Das ist nicht das, das, äh, aus dem Islam, Niqab oder wie es heißt. Das sieht schon anders aus. Nein, ich gucke mal. Aber, die sehen alle aus. Ja, aber so ähnlich, also auch, auch muslimisch auf jeden Fall. Warte mal, Nigeria hat was, warte mal, ey, jetzt bin ich ja völlig bescheuert. Hier ist jetzt so eine, so eine, ähm, so eine ISIS-Flagge hinter denen, oder zumindest sieht die sehr danach aus. Boko Haram zeigt Video mit Schulmädchen. Was haben die denn da verloren, in fucking Nigeria? Sicher, dass es IS ist? Sieht auf jeden Fall so ähnlich aus, die Fahne. Vielleicht, vielleicht haben die auch einfach im Internet gegoogelt, böse Fahne, und haben die bestellt. Für dieses, ah, irgendwie für dieses Video, so weißt du. Auf nisch bestellt. Nee, Boko Haram ist ja, Boko Haram ist ja eine andere, ähm, Organisation, aber auch, äh, islamistisch. Ich guck mal noch kurz nach der Fahne. Ah, hä, das ist die? Die haben ähnliche Fahnen, ne, aber nicht die gleichen. Verrückt. Verrückt, okay, sah für mich sehr ähnlich aus. Ja gut, äh, dann weiß ich nicht. Jetzt haben die doch geklaut, oder? Jetzt haben die doch geklaut von Imp, glaube ich. Imp hat auch so Aufkleber, die so ähnlich aussehen. Ja, ja, ja. Frichheit. Aber schön, dass die Schulmädchen jetzt wieder am Start sind. Ja. Gut. Aber gerade zum Thema Impfung, ähm, wogegen man sich nicht impfen kann, das sind, äh, südkoreanische Boybands. Es gab einen, ne, es ist nicht ganz weit hergeholt, denn es gab den bayerischen Radiomoderator Matthias Matuschik, der auch relativ bekannt ist in der Moderatoren-Szene, also ich kenne ihn zumindest. Der muss wohl, ähm, nach einem Beitrag, also einem Song von BTS gesagt haben, BTS sind irgendein scheiß Virus, wogegen es hoffentlich bald eine Impfung gibt. Und wie du die, ähm, die BTS-Army kennst, ist dieser arme Mann weltweit zu Tode gecancelt worden. Es gab sogar ein Hashtag Bayern3Racist und, ähm, es wurde als Rassismus ausgelegt, weil sie ja, ähm, ja, asiatisch stämmig sind und man einfach gleich zieht zum, zum Coronavirus. Das ist richtig dumm. Wenn das Chinesen wären, würde ich es vielleicht nachvollziehen, aber das ist richtig dumm. Wie auch immer, jedenfalls, ähm, musste sich der Matthias Matuschik jetzt entschuldigen und hat es auch gemacht öffentlich und hat nur gesagt, dass er frustriert war, ähm, darüber, dass BTS einen seiner Lieblingssongs gecovert haben von, weiß ich nicht, Coldplay, glaube ich. Und er das ganz schlimm fand und deswegen hat er solche Sprüche abgelassen. Wohl nicht zum ersten Mal, er muss wohl schon öfter diese BTS beleidigt haben und so und auf, auf einer sehr, auf einem sehr niedrigen Niveau. Aber jetzt hat es wohl die BTS-Army mitbekommen und das gab richtig krass Ärger. Ja, also das sind zwei verschiedene Sachen. Weißt du, auf der einen Seite haben die Fans ihr gutes Recht, den zuzuscheißen. Auf der anderen Seite, wenn der aber irgendwie Druck vom Geschäftsführer kriegt, ey, entschuldige dich mal, ist das halt super uncool. Das ist halt richtig dumm, finde ich. Ja, also wenn es denn rassistisch motiviert war, vielleicht, aber habe ich jetzt auch nicht gesehen. Es ist halt auch einfach Scheißmusik. Es ist einfach richtig dreckige Scheißmusik. Richtig Scheiß-Drecks-Scheißmusik. Oh, sag das nicht, Robin. Ich hoffe jetzt, oh Gott. Ja, das sind alles Klicks auf unseren Nacken. Richtige Drecks-Scheißmusik, Alter. BTS, was soll diese Drecks-Scheißmusik? Aus der Tube, Alter. Da steckt keine Liebe drin. Das ist alles am Reißbrett konstruierte Marketing-Scheiße. Und dann sehen die Videos auch noch richtig scheiße aus, Alter. Teilweise so richtig beschissener Drecks-Scheiß-Greenscreen. Die sind vielleicht kein Virus, aber die sind eine Scheiß-Band. So. Bitte teilen Sie jetzt schon den Hashtag Cancel-Brennpunkt. Bitteschön. Habe ich gern gemacht. Und dann kauft am besten noch einen Hörerwunsch, liebe Haters. Wir haben noch einen offen, das vergessen wir jedes Mal. Der kommt. Der kommt. Ja, bestimmt. Gut. Jetzt sind wir bei 55 Minuten angekommen, Tino. Was sagst du denn zu dieser Woche? Ich hätte noch eine Kleinigkeit, bevor ich diese Woche abschließen würde. Denn wir sind jetzt richtig am Arsch, Robin. Wir sind richtig krass am Arsch als Deutschland. Es gibt nämlich eine neue Taskforce zum Thema Impfung und Corona, die Merkel aufgestellt hat. Und weißt du, wer diese Taskforce besetzt? Nein. Andi Scheuer und Jens Spahn. Oh, geil. Scheuer und Spahn sollen uns den Arsch retten, was Corona angeht. Und das war's eigentlich dir. Geil. Ich glaube, endgültig wirklich jetzt, dass die Welt, also mindestens Deutschland aussterben wird am Coronavirus. Wenn man, also wie verzweifelt muss man als Bundeskanzlerin sein, diese beiden Herren in die Position zu setzen, das Land zu retten. Ja, wen denn sonst, weißt du? Sie hat, glaube ich, nicht so viel Auswahl. Ja, aber trotzdem. Die sind doch nicht die da oben. Die sind doch alle inkompetent. Eieiei. Jedenfalls war das eine ganz große Nachricht, die viral ging. Und es gab natürlich ganz viele lustige Memes und andere Sachen über Scheuer und Spahn, dass sie unsere letzte Hoffnung sind. Und dass wir jetzt endgültig die Hoffnung aufgeben dürfen. Das war für mich eine große Nachricht. Und, ähm, ja, ich fand die Woche trotzdem relativ langweilig. Klar, diese AfD-Verdachtsfall-Geschichte, so dieses Auf und Ab. Ja, hin und her. Also, ganz ehrlich, das ist wack shit, Mann. Ich weiß nicht. Es gab auch keinen YouTube-Beef, den ich aktiv mitbekommen habe. Also nichts Großes demnach. Auf Twitter wurde es sich nicht rumgebieft. MCM wurde gebannt auf Twitch für sieben Tage. Ja, gut. Oh nein, wofür? Hat eine Taschenmuschi gezeigt. Oh. Aber, ja, keine Ahnung. Dumm. Dann ist es eine 13, wenn MCM gesperrt worden ist. Nee, ich bin eher bei einer 3 statt einer 13. 3 von 10 statt 13. Nee, das ist mir zu wenig. Also für diese AfD-Sache würde schon auf 5 gehen. Ja, aber es ist ja nichts, Tino. Es ist ja nichts. Es wurde ja zurückgezogen. Ich wäre da mitgegangen. Aber es ging doch viral. Erst haben alle gefeiert und gejubelt. Ja, die AfD wird beobachtet und so. Und dann doch nicht. Das ist doch eine Achterbahnfahrt. Das Ergebnis, gehe ich mit, ist dann am Ende irgendwie eine 3. Weil es ein Luftballon war, der aufgeblasen worden ist. Aber an sich von den Emotionen, die hochkochten, sagen wir wenigstens 4. Ja, okay. Da gehe ich mit. Okay. Dir zuliebe, Tino, weil das dein Thema ist. Dankeschön. Warte, warte, komm. 4,5. Das habe ich nämlich vergessen zu erwähnen. Kleiner Funfake zwischendurch noch. In Myanmar wurde wieder auf Protestierende geschossen. Mindestens 9 Tote. Geil. Ja, immer so nebenbei. Ja. Ganz entspannt. Gut, dann war das auf jeden Fall eine 4,5 von 10 diese Woche. Denn Myanmar interessiert ja keinen. Also ganz ehrlich, ich muss das nochmal betonen. Wenn das in Deutschland passieren würde, wäre es halt eine fucking 12 von 10. Ja. Wenn in Deutschland auf friedliche Protestierende mit scharfer Munition geschossen wird und 9 Leute sterben, was sind denn das für Verhältnisse? Aber Myanmar denkt man sich, ja, diese Asiaten mit ihrem BTS, die sind doch eh alle zurückgeblieben. Genau. Es ist echt bitter. Aber egal. Zumindest machen wir gute Podcasts und keine schlechte Boybandmusik. Ja, das lasse ich mal so stehen, dass du das gesagt hast. Vielen Dank an die Fanboys von BTS. Ich finde es übrigens abartig, was sie für eine militante Armee haben an Fanboys. Das ist wirklich übelst abartig. Mir sind BTS egal. Okay. Tino, du kannst deinen Kopf nicht mehr aus der Schlinge ziehen. It's over. Wir sind gecancelt. In diesem Sinne, vielen Dank Leute fürs Zuhören. Ich höre gerade Musik. Au, ist die laut. Das war die letzte Folge Brennpunkt. Ja, wir dürfen gespannt sein, ob wir nächste Woche überhaupt noch am Leben sind. Oder ob uns die BTS-Armee nicht bis dahin beim Einkaufen einfach an der Kasse hinwischen. Mit schlechter Musik, die Ohren hat blutet. Ja. Auf Wiedersehen Leute. Tschüssi. Bye, bye.